was geht ab leiton hier wir testen asia snacks ich glaube teil 3 oder teil 4 oder so go asia der beste asian supermarkt ist zurück in münchen neue eröffnung wir checken den mal ab schauen was uns anspricht hoffentlich paar geile snacks yes sir ich brauche einen korb aus dem asia snack video wird ein anime snack video alle anime sachen ja ich bin so ein konsumopfer wenn da einfach so ein zog drauf ist dann habe ich bock drauf auch wenn ich weiß dass es richtig schlecht schmecken wird aber für euch leute ihr seht dann dieses video und dann seid ihr irgendwann mal irgendwo unterwegs und seht ein zogodrink ein zogosnack dann erinnert ihr euch an dieses video und dann wisst ihr hey digga das lohnt sich nicht schauen wir doch mal was wir alles haben ultra pop eat drink und pop naruto snacks luffy snacks zogosnacks ketchup gummi san luffy teufelsbruch gummi bärchen ultra ice tea irgendwie war jeder von denen peach flavor deswegen habe ich nur zwei genommen aber die designs sind cool und wie geht ansonsten gab es auch eine menge andere anime charaktere aber leider nur ein geschmack dann haben wir diese eistees davon gab es auch sehr viele und auch sehr viele geschmäcker die sich ähneln bakugo my hero academia lemon juice ok passt sauer bakugo ist immer sauer genzo wakabayashi lemon flavor nicht lemon juice nico robin infusion red fruit flavor interessant wir fangen klassisch an mit naruto ich mache jetzt das video extra nur damit ich mir was zum snacken habe damit ich mir avatar anschauen kann kurz geht groß an lucas mein krypto reisepartner der liebt avatar und hat sich anscheinend die serie auf einmal durchgezogen sind erst bei folge 2 jetzt avatar live action serie und paar snacks kommt geil bestimmt der riecht nicht unbedingt nach cheese okay cheese flavor ist am start den ersten die ich hatte war richtig schlecht aber der zweite schön knusprig kann man machen ist geil ist leicht knusprig guter flavor ich weiß nicht welche gästen das meistens was die fitness leute immer essen nur halt viel dünner und so in chips aber es müsste eigentlich dasselbe sein hier gibt es einen cut ich ziehe mir avatar rein der rest kommt später da bin ich wieder ich brauche auch was zu trinken wie geht da ice tea for heroes 23 kalorien pro 100 milliliter toy animation ganz wichtig offiziell kein schwarz produkt riecht wie normaler pfirsiche eistee mann schmeckt wie normaler wenn nicht sogar billiger pfirsiche eistee also dadurch dass ich viele influenza produkte trinke teste ist das extrem schwach extrem schwach das ist wie so ein billiger eistier aus dem supermarkt digga nur weil da vegeta drauf ist ey das das kann gar nichts das lohnt sich null vertraut mir leute außer ihr wollt die dose irgendwie haben luffy barbecue aroma viel stärker leicht süß will jetzt nicht sagen dass es barbecue ist aber gut ich finde die gut ich habe die nagutu tüte zerstört und jetzt brauche ich neue snacks ich kann euch gar nicht sagen nach was es schmeckt aber definitiv nicht barbecue aber die sind stabil die sind lecker kann man auch wirklich machen kakashi tahlen cream and onion es ist nicht normalerweise sour cream and onion oh ooze your pop site on ultrapop.com wiegt eigentlich noch nichts das sind die besten das sind die besten die sind geil kakashi kakashi dazu der zoro ich weiß mein boi wird leider nicht gut schmecken weil es einfach genau peach flavor wie der andere wie vegeta nur das design ist halt geil die ice tea sind rag man probieren wir gleich alle nico robin keine ahnung also geschmacklich besser als diese 40 dinge haut mich aber nicht um besser als jan aber ich würde es trotzdem nicht normal trinken in meiner freizeit es gab berichte dass er in der vergangenheit zurückgereist ist und einer von one for all war das stimmt natürlich nicht spoiler lemon juice das ist der schlechteste sorry bakugo du kannst ja mal gar nichts ciao genzo wakabayashi der beste torviter japans ok doch vermerkenden unterschied der bakugo bleibt der schlechteste genzo ist besser als bakugo aber trotzdem wack der kann auch nichts sorry sorry wakabayashi kakashi also getränke können gar nichts hier echt gar nichts lass die finger davon egal wie geil die aussehen lass die finger davon trink lieber das spaß ich habe noch nicht probiert folgt noch zeit für den boy ketchup aber leider ich bin gar kein fan von ketchup flavor außer bei ketchup aber so ketchup chips gar nicht man diese pomme bären gar nicht wieder wir haben alle kein genug ganz leicht vielleicht leicht süß ja doch naja ich würde es nicht als ketchup bezeichnen das ist einfach nur leicht süß sauer mein boy der kann leider nichts also an sich ist immer noch nicht schlecht aber geschmackstechnisch der schwächste von allen auf nummer eins haben wir Cash auf nummer zwei haben wir Luf auf nummer drei haben wir Naruto auf nummer vier haben wir leider Solo Lufi Teufelsfrüchte haben wir noch Avatar zu Ende geschaut muss sagen ganz schlecht ja wenn man jetzt ein Hardcore Fan ist und das vergleicht und dies und das fehlt aber an sich mir hat es gefallen gerne eine Runde und Tage die ihr Avatar die Live Adaption fandet Geschmack ich würde auf Traube tippen Grape Flavoured Gummies 330 Kilokalorien auf 100 Gramm und das sind 200 Gramm 180 also sagen wir ungefähr 600 Kalorien Oh doch Oh süß Der ist süß Der ist süß Ist ok Bisschen schwer zu beißen Wer japanische koreanische Gummibärchen schon mal hatte der weiß die haben einen sehr starken Aroma Der ist sehr künstlich Sehr sehr kräftig Genau wie der Es gibt Leute die es mögen Die Leute die es nicht mögen Getränke lasst die Finger davon Snacks an sich Gönnzeug Die sind bestimmt geil Getränke Eistees Das war's von mir Leute Ihr wisst bestimmt wie man da ist das können kommentieren Check die Hüße ab Fock mir gerne auf Instagram Und äh TikTok Mir ist fast fast wieder rausgeflutscht Weil wir gerade in dem Modus sind See yous Business und Ciao Dinger meine Glühbirne geht nicht mehr Ich muss mir eine neue kaufen und wechseln Schlechte Neuigkeiten Ich schneide das hier irgendwo rein Passend zum Thema Anime Snacks Akira Toriyama Creator Of Dragon Ball Ist leider von uns gegangen Pionier Hat denke ich mal eine Menge Shonen Mangaka Inspiriert Eine Jugend Eine Generation geprägt Zirloh Zirloh ái